Hallo, mein Name ist Verena Steinhuber und ich bin Privatkundenberaterin in der VR-Bank Rottal Inn. Ich zeige Ihnen in diesem Video, wie Sie im Online-Banking Ihren Alias einrichten können. Normalerweise melden Sie sich im Online-Banking mit Ihrem VR-NetKey und Ihrer PIN an. Damit Sie sich Ihren VR-NetKey nicht merken müssen, haben Sie auch die Möglichkeit, einen Benutzernamen oder Alias zu vergeben. Sie müssen sich hierzu nochmal einmalig mit Ihrem VR-NetKey und Ihrer PIN anmelden. Klicken Sie auf den Reiter Service. Wählen Sie nun Alias aus und geben Sie den gewünschten Benutzernamen ein. Achten Sie bitte auf die zulässige Zeichensetzung. Klicken Sie abschließend auf Speichern. Somit können Sie sich bei Ihrer nächsten Anmeldung mit Ihrem Alias und Ihrer PIN im Online-Banking anmelden. Ich hoffe, das Video hat Ihnen weitergeholfen. Neben dem Video gibt es noch zahlreiche andere Videos über das Online-Banking. Die möchte ich Ihnen natürlich auch noch gerne ans Herz legen. Wir sind weiterhin persönlich für Sie da, falls Sie noch Fragen haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch ganz viel Spaß beim Anschauen. Machen Sie es gut. Servus! 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 Untertitelung des ZDF, 2020